In meiner APA Campus Schreibwerkstatt können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Praxis einer Tageszeitung Journalistin etwas lernen. Einerseits die Tipps aus der Praxis, andererseits die Möglichkeit zu üben, das heißt viele verschiedene Nachrichten und Berichte zu schreiben. Erstens, sich nicht vor dem Schreiben fürchten, zweitens den Text strukturieren und drittens ihn nachher liegen lassen, sodass er ein wenig abgehangen ist und noch einmal durchlesen.